Darüber lustig machen. Frage einen Schizophrenen, Paul, über die Stimme in seinem Kopf. Jetzt kommt wieder was Vernünftiges hier. Mein Name ist Paul. Vor dreien hatte ich eine ziemlich schwierige Zeit. Ich hörte eine Stimme, die zunächst wie ein Freund war. Irgendwann aber befahl sie mir schlimme Dinge, die ich nicht tun wollte. Warum hat der Trettmann auf der Mülle stehen? Und warum guckt er so? Den haben sie jetzt aber, gerade im Intro, haben sie ihn halt sehr in Szene gesetzt. Hallo, Paul. Hallo, Paul. Leute, der guckt doch so, guck doch mal, der sieht, ist das Absicht? Das ist so ein bisschen so ein Kinski-Blick. Stell dir mal vor, so Kinski als Zahnarzt. Schwester, holen Sie das scharfe Messer. So. Ich will Ihnen nicht wehtun. Es wird gar nicht lange brennen. So nach dem Motto. Doc Sam fragt sich, wann hast du die Stimme zum ersten Mal gehört? Also es hat ein bisschen gedauert, bis es so eine durchgehende, wirklich andauernde Stimme ist. Aber die ersten Gedanken, die ich wirklich an die Stimme habe oder wo ich mich erinnern kann, ist, ich bin damals immer, anstatt zur Schule zu fahren, zur Bernschleuse gefahren. Das ist bei uns im Dorf, so ein kleiner Bach. Und auf dem Nachhauseweg hatte ich Kopfhörer auf und da hörte ich auf einmal so ein Paul, ein Hey, Hey, Paul. Und ich dachte erst, ja, okay, das kommt von der Musik. Aber dann kam das immer mehr. Ich habe mich umgedreht, meine Kopfhörer abgenommen. Aber ich habe dann halt nichts anderes gehört, außer die Stimme. Und dann war ich ein bisschen verwirrt und wusste erst mal nicht, was ich machen sollte. Verständlich. Meine erste Frage an dich, Paul. Du sagtest, du bist anstatt zur Schule zu fahren, zur Bernschleuse gefahren. Was hast du denn da gemacht? Vielleicht Substanzen konsumiert? Was ja dann wieder dafür sprechen würde oder das Ganze noch unterstützen würde, dass eventuell sowas, ne? Aber ist vielleicht auch genetisch? Spicer, vielen Dank für dein Reset mit Twitch Prime im zweiten Monat. Warum bist du nicht zur Schule gegangen, Paul? Und dann, was für Musik dachtest du, hörst du? Hey, hey, Paul. Hey, Paul, hey. Nein, das Thema ist natürlich sehr ernst. Ich bin gespannt, was bei ihm jetzt noch rauskommt. Ich mache jetzt gleich noch die Kniebeuge. Aber sie haben ihn zumindest am Anfang sehr in Szene gesetzt. Auf jeden Fall, er guckt so. Er kriegt garantiert Medikamente. Er hat so einen Blick drauf. Er hat so einen Blick drauf. So einen Medikamente-Blick. Also nicht ganz... Oder so, als würde er durch dich durchgucken. Gut, er guckt in eine Kamera rein, aber die anderen haben einen anwesenderen Blick. Also auch nicht negativ. Aber ich vermute, dass er wirklich auf Medikamenten ist. Weil gerade so etwas wie Schizophrenie muss man irgendwo voll in den Griff kriegen, Alter. So, Paul, erzähl mir. Samifubu fragt sich, wie würdest du den Charakter der Stimme beschreiben? Es war eindeutig eine Männerstimme. Ich kannte die Stimme aber auch nicht. Das Einzige, was ich immer sagte, es war eine böse, männliche Stimme. Anfangs war es wirklich nett. Also ich habe mich mit ihm unterhalten, als wäre er mein bester Freund. Ich habe mit ihm über alles geredet, über den Tag, über Mädchen, über die Schule, über alles, was mir auch in den Sinn gekommen ist. Je länger ich ihn kannte, je länger ich mit ihm geredet habe, umso böser wurde er und umso mehr wollte er die Kontrolle über mich und über das, was ich auch dann tun werde oder tun sollte. Das kann aber sein, dass bei ihm, ich weiß nicht genau, wie Schizophrenie funktioniert, aber Kinder reden ja auch oder bilden sich ja auch zum Beispiel Freunde ein oder viele Kinder haben einen imaginären Freund. Das ist zum Beispiel so ein Thema, dass, wer Stephen King liest, wird das festgestellt haben, dass Stephen King zum Beispiel dieses sehr, sehr häufig aufgreift. Das ist so ein Teil aus Fantasie und ich habe irgendwo auch mal gelesen, so dass rein klinisch betrachtet Kinder, die Psychopathen sind, bis zu einem gewissen Alter, weil für sie dann halt nur sie selber in der Welt existieren oder die Welt dreht sich um sie und sie haben halt, sind mit diesem ganzen sozialen Gefüge und so weiter nicht vertraut. Und vielleicht ist da bei ihm irgendeine Verschaltung nicht ganz, sagen wir mal, getrennt worden und er hat noch dieses kindliche Element, dass er eben, wie auch immer, halt sich wirklich einen Freund im Kopf haben kann. Also, dass er diese, ja, ich hoffe, dass er gründet ihn noch, obwohl das bei einem 15-Minuten-Video, glaube ich, eher weniger passieren wird. Und ob das gruselig ist, Schlesi, wie gesagt, eigentlich ist das sogar ein sehr natürlicher Prozess, dass, wie gesagt, Kinder haben das und irgendwann lässt das nach. Aber wenn du das als Erwachsener hast, kann das halt sehr, sehr kritisch sein. So wie Raptor gerade schreibt, dass du Personen siehst, wenn deine Psyche das beeinflusst und teilweise keine Grenzen, eben, die sind dann real, diese, diese Vorstellung. Aber wenn ihr euch mal, wie gesagt, guckt euch mal Kinder an, für die ist das auch real, wenn die mit ihrem unsichtbaren Freund reden. Für die ist das da. Also, super, super interessant, aber eben auch, wer von uns hat da wirklich einen Einblick, ich glaube, das ist halt wirklich eher für Psychologen und selbst die verstehen das teilweise nicht unbedingt. Hallo Elektro, guten Morgen. Ist die Stimme jetzt in diesem Moment auch hier? Ne, aktuell ist die Stimme gar nicht mehr da, da bin ich auch sehr froh drüber. Es ist sehr, sehr selten, dass die Stimme wieder zurückkommt. Die Momente, wo sie zurückkommt, sind halt sehr Krisenmomente für mich. Zum Beispiel, also wenn ich Probleme habe mit Mädchen, wenn ich da zum Beispiel einen Abfuhr oder sowas bekomme, dann bin ich immer sehr down und mache mir immer sehr große Vorwürfe und dann kommt auch die Stimme zurück und brüllt mich oder schreibt mich eher an, du Versager, dich wird niemand lieben, guck dich mal an und so weiter. Juna Maja fragt sich, was hast du gedacht, als du die Stimme zum ersten Mal gehört hast? Also zuerst dachte ich auf dem Fahrrad, dachte ich, das wäre irgendwie ein Mensch, der mich gerufen hätte oder das war ein Song, aber wo es dann immer mehr wurde, dachte ich dann, ich werde verrückt oder was ist los mit mir, was passiert gerade, aber irgendwann habe ich es einfach akzeptiert und mit ihm geredet. Kara fragt sich, durch was wurde die Schizophrenie ausgelöst? Okay, jetzt kommen wir vielleicht auf das Thema. Ich würde ja sagen, dass er da eventuell, wenn er sagt, er ist nicht zur Schule gegangen und ist da an irgendeinem Ort, wo man halt abhing, da würde ich halt mal drauf tippen, da hat man sich dementsprechend einen hintergeballert und vielleicht auch noch ganz andere Geschichten, weil, also klar, Gras kann das auslösen, ist gut möglich, Schizophrenie ist bekannt im Zusammenhang auch mit Cannabiskonsum, aber wenn wir von Pilzen reden oder auch von anderen Substanzen, alles was dann schon so ein bisschen eher vielleicht auch in die chemische Richtung geht, who knows, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich bin genetisch veranlagt durch meine Oma, die hatte eine ähnliche, nicht die gleiche, die ich hatte, aber eine ähnliche psychische Erkrankung und dann gab es noch drei Schlüsselmomente, die dazu geführt haben, zum einen war es im, Sommer der Kontaktabbruch mit meinem damaligen besten Freund, dann gab es noch eine Freundin, zu der ich sehr große Gefühle hatte und auch schon mir viel erhofft habe, was dann aber halt dann nicht zustande gekommen ist, was mich dann noch weiter runtergezogen hat und zum letzten war es dann, ich habe gekifft und das war dann wahrscheinlich so die Kirsche oben drauf. Eben, das war, das ist nicht der Auslöser, aber das Kiffen hat sozusagen die Schleuse geöffnet oder der Drogenkonsum, wenn er sagt gekifft, vielleicht auch noch andere Geschichten, wir wollen es ihm nicht vorwerfen, aber wenn es der Drogenkonsum war, das war der Schlüssel fürs Schloss. Das Schloss, die Tür, es war alles da, auch dieser ganze Scheiß dahinter, war alles schon da und der Schlüssel waren die Drogen und mit dem Schlüssel hat er die Tür geöffnet und ja, fuck. Fatou, ich möchte von dir wissen, was hat die Stimme zu dir gesagt? Eigentlich bin ich ja jetzt auch ein total das Medium, oder? Ich habe gesagt, er hat wahrscheinlich Drogen genommen oder ich hätte jetzt auch... Ich spüre da eine sehr gequälte Seele. Hast du schon mal Drogen genommen? Ich weiß, dass du Drogen genommen hast. Es war immer unterschiedlich, so alltagsbedingt und auch zu welchem Zeitpunkt es war. Meistens morgens, wenn ich aufgewacht bin, immer halt dieses geh nicht zur Schule, geh nicht hin, du wirst eh nur gemobbt, du wirst eh mit keinem reden, bleib einfach hier zu Hause, fahr zur Bärenschleuse und wir reden ein bisschen. Irgendwann hat mir die Stimme aber auch Befehle erteilt. Das ging los mit da war ich im Krankenhaus und da hat mir die Stimme gesagt, geh jetzt mal zum Fenster und guck mal, wie hoch das ist und dann wurde halt weiter gesagt, ja spring mal raus, guck mal, wie es endet. Immer wenn Leute bei mir waren, Freunde mal waren oder auch andere Familien oben bei mir im Zimmer waren, dann kamen immer solche Befehle wie, nimm jetzt das Glas, zerschlag es und stech die alle ab und noch schlimmer. Also die wollte immer, dass ich irgendwelche Leute töte oder mich selbst. Ja, was eine Ersatzhandlung ist, das ist praktisch seine Art und Weise gewesen, mit Stress umzugehen. Es ist auf eine Seite, auf eine Art und Weise ist es ein sehr genau hinhören oder auch vielleicht verstehen, was ich meine, ein sehr gesunder Prozess, denn die Probleme, die bestanden für ihn, die hat er ja nicht selber ausgelöst, sondern da sind andere Leute verantwortlich gewesen. Andere Leute haben ihn gemobbt, haben sich über ihn lustig gemacht. Die Art und Weise, wie er das verarbeitet, ist falsch, aber der eine richtige Punkt ist, er hat erkannt, das Problem geht auch von anderen Leuten aus. Die anderen machen sich über mich her, die anderen versuchen mir mein Leben zur Hölle zu machen. Dass er dann natürlich in seinem Kopf, dass da auch aus Selbstschutz so ein Mechanismus auftritt, du musst sie alle töten. Das ist eine zweite Entität in ihm selber sagt, du musst sie alle wegmachen. Er muss das Problem beseitigen. Er muss die Leute aus seinem Leben schaffen, aber nicht indem er sie aus dem Leben schafft, sondern indem er versucht, natürlich seine Kontakte zu diesen Menschen zu vermeiden, sofern ihm das möglich ist und sich auch Hilfe holt und versucht, dieses Problem anzugehen oder dass irgendwer wirklich zu Schaden kommt. Er hat leider den falschen Weg gewählt. Gut, finde ich, wenn so ein Selbsterhaltungstrieb einkickt und man auch sieht, das bin nicht nur ich das Problem, sondern auch die anderen. Ich muss an mir arbeiten, ja, aber auch die anderen. Die anderen versuchen, mich fertig zu machen. Und das ist ein Selbstschutz und eine Ersatzhandlung. Weil er selber ist wahrscheinlich charakterlich, hat er nicht die Stärke, sich durchzusetzen. Er wirkt sehr, er wirkt eher wie so ein gechillter Typ und er will nicht viel diskutieren und er will keinen Streit, also eher reich, was absolut nicht negativ ist. Ein entspannter Doody halt. So, aber so einer setzt sich halt auch nicht groß zur Wehr. Der flippt nicht einfach mal aus und haut dem Typen, der eben den ganzen Tag auf den Sack geht einer runter und dann ist es wieder gut. Das passiert super selten. Ich habe einen Kumpel, der ist einmal ausgeflippt und hat sich zur Wehr gesetzt, aber das ist super, super unwahrscheinlich, dass das überhaupt passiert. Also hat er für sich eine zweite Ebene geschaffen, die ihm das ermöglicht, also so ein Brutalo auch zu sein, weil dann kann er immer noch so, das war ich gar nicht, das bin ich, ich, weil Gewalt ist ja nun auch nicht unbedingt so anerkannt. Ich habe jetzt übrigens mal die Bärenschleuse gegoogelt. Das ist eine kleine Schleuse an der Issel und liegt auf dem Gebiet des Wesseler Ortsteils Lackhausen. Weil wenn er sagt, ich bin zur Bärenschleuse gegangen, das ist so, wo geht man hin als Jugendlicher? Man geht an irgendwelche Plätze, wo nicht unbedingt viele Leute sind. Also so war es bei mir zumindest. Oder man versucht sich so ein bisschen so am Rande der Gesellschaft nicht zu weit weg, außer das ist ein richtig geiler, romantischer Spot, aber gerade so Schleuse, da ist Wasser, da ist Natur, da werden nicht allzu viele so abhängen, also da ist nicht viel Verkehr. Das heißt, man kann da auch in Ruhe, wenn er gekifft hat, dann kann er in Ruhe sich seinen Kopf bauen oder was auch immer oder seinen Johnny sich hinterballern oder halt auch notfalls, keine Ahnung, sich die Birne zusaufen, wie auch immer. Man hat da seine Ruhe. Ich bin echt ein Medium, Alter. Nein, das sind so Sachen, die sind, wenn man selber mal jugendlich war und nicht vergessen hat, wie das ist, auch eben mit Leuten, die, sag mal, vielleicht auch Drogen konsumieren oder man muss selber gucken, dass man, wenn man noch minderjährig ist, vielleicht irgendwo mit dem Alkohol und so weiter, dass man nicht erwischt wird, dann sucht man sich genau solche Plätze. Das sind so typische Jugendsports. eine ganz typische Geschichte. Hast du dir Stimme geantwortet? Ja, ich habe viel mit ihr geredet. Also es war jetzt auch in den ersten Monaten die einzige Person, mit der ich geredet habe und somit habe ich das auch halt ausgenutzt. Isolation, merkst du dir beide nicht komisch vor? Also jetzt im Endeffekt schon, aber damals eigentlich nicht. Damals war es für mich normal. Dave Koulibaly möchte von dir wissen, hast du die Befehle der Stimme befolgt? Teilweise. Also die ganz schlimmen nicht, natürlich nicht. Da hatte ich mich noch unter Kontrolle, aber so manche schon. Wenn die halt morgens gesagt hat, geh nicht zur Schule und fahr zur Bernschleuse, habe ich es manchmal gemacht und manchmal konnte ich mich auch dann durchsetzen. Da habe ich dann schon einen Streit gehabt, kann man schon so sagen. Aber die leichteren Sachen habe ich meistens auch dann gemacht irgendwann. Walter Sarah fragt sich, war dir klar, dass das nicht normal ist? Also ich denke schon, dass mir dem bewusst war, dass es nicht normal ist, dass ich eine Stimme höre und was das alles gerade mit mir macht. Aber in dem Moment fand ich es gut und wollte es auch so haben. Neo Velo möchte von dir wissen, was war das Schlimmste, was dir die Stimme befohlen hat? Also das Allerschlimmste, was mich eigentlich immer noch verfolgt ist, da war ich in der Küche und wir haben so ein kleines Fenster, da können wir dann ins Wohnzimmer gucken und da saßen meine beiden Eltern und da hat er mir gesagt, ja mach mal die Schublade auf. Da habe ich die Schublade aufgemacht und da sagte er mir, ja nimm das Messer und stech deinen Eltern jetzt ab. Aber der Unterschied war auch immer zu der Stimme, anstatt zu Gedanken, man spricht auch manchmal selber mit sich im Kopf, ist die Stimme auf mich angeschrien. Also es wäre so, als wenn ich jetzt einem Freund direkt vor das Ohr stehe und dann den ins Ohr schreien würde, er stecht deine Eltern jetzt ab und danach, das hat mich fertig gemacht, danach habe ich die Schublade schnell wieder zugemacht. Ich habe kurz das Messer angeguckt, aber ich habe dann schnell die Schublade zugemacht und bin dann hoch und habe dann dort geweint. Jindorby möchte von dir wissen, hattest du Halluzinationen? Das hatte ich auch. Ich kann mich erinnern an, da war ich draußen, Zählt es denn nicht als Halluzination? Also ist eine Halluzination wirklich nur auf das Visuelle beschränkt oder ist auch eine, wie nennt man das, wenn das nur akustisch ist? Weil wenn er eine Stimme im Kopf hat, ist das keine Halluzination? Ist Halluzination wirklich nur optisch, Alter? Halluzination. Vermeintliche eingebildete Wahrnehmung, Sinnestäuschung. Eben, also hatte er doch von Haus, ich wollte gerade sagen, also hat er von Haus aus Halluzinationen gehabt? Das ist eine Halluzination. Vermeintliche eingebildete Wahrnehmung, Sinnestäuschung, optische, akustische Halluzinationen. Ja. Die Frage kann er mit Ja beantworten. Natürlich. Wenn er eine Stimme gehört hat, die nicht da war, also die nicht real war, sondern bei ihm durch irgendwas im Kopf, war das eine Halluzination. Eine akustische. Okay, dann war ich nicht ganz falsch. Gut. Ich habe leicht gedämmert und ich habe in der Ferne irgendwelche Männer im Anzug gesehen. Da habe ich kurz hingeguckt, war erschrocken, kurz weggeguckt, wieder hingeguckt, waren die immer noch da und dann bin ich dann, ich bin da nicht hingegangen, weil ich habe Angst gehabt, bin dann zurückgegangen und dann wieder nach oben gegangen. Okay. Kann auch Tast sein, Geschmacks sein. Da wäre ich jetzt dann, das wäre mein nächstes gewesen. Wenn es eine Sinnesstäuschung ist, also eine Halluzination ist für mich wirklich alles. Also, dass du dir sowas wie Phantomschmerz, dass du dir irgendwas einbildest, was du siehst, riechst, fühlst, schmeckst, hörst. Ja. Was aber sehr präsent war, waren immer so schwarze Schatten. Das war immer sehr komisch. Ich habe immer irgendwo im Oberhalb vom Auge habe ich immer irgendwelche Schatten gesehen und die andere Halluzination, die ich hatte, war in der Klinik. Da habe ich am Türrahmen meine Schwester gesehen. Wo man schon sagen muss, gerade im peripheren Sichtfeld, also das, worauf du dich nicht fokussierst, wir haben ein relativ großes Sichtfeld. Also ich kann, wenn ich meine Arme so ausbreite und ich gucke nur nach vorne, ich kann meine Arme noch sehen. Wir sehen also sehr, sehr viel. Phantomschmerz ist keine Halluzination. Ja, ich meine aber in diese Richtung, dass du dir was einbildest oder dass eine Einbildung da ist von etwas, das nicht existiert. Beim Phantomschmerz weiß man ja, dass das auch eine sehr legitime Art und Weise ist, Schmerz zu verarbeiten oder den Verlust von dem Körperteil. Das heißt, wir haben ein sehr großes Sichtfeld sogar. Also wenn das nicht sogar vielleicht knapp 180 Grad ist, das heißt, du kriegst Bewegung mit, nicht bewusst, du hast einen gewissen Fokus, du hast vielleicht so das, worauf du dich wirklich konzentrierst und den Rest, den kriegst du mit. Da kann es schnell, vielleicht auch gerade nachts, dass man etwas, das sich nicht bewegt, das einfach nur da ist, dass sich das anfängt zu bewegen. Da spielt einem dann das Hirn schon einen Streich. Das genau bei ihm, das ist für mich, wenn das bei mir wäre, dass ich im normalen Tagesablauf, dass sich Sachen bewegen, wo ich weiß, da kann sich nichts bewegen, das wäre für mich schon das erste Indiz, als dass bei mir irgendwas falsch verknotet ist im Kopf, sage ich jetzt mal, dass da der falsche Reiz gesendet wird und dass ich bestimmte Dinger mitkriege. Der berühmte Kleiderstuhl, der auf einmal Monster ist. Sowas, ja. Sowas. Es gibt viele Leute, die fühlen, beruhigen nach dem Verlust einigen geliebten Menschen oder riechen die Person zum Beispiel. Andersrum können Geräusche oder Gerüche Betroffene triggern und optische und akustische Halluzinationen auslösen. Das hast du doch von, hast du kopiert. Aber, kennt ihr das? Ich denke mal, das kennen die meisten. Also ich denke mal, Halluzinationen sind auch nicht unbedingt nichts, was auch, also was nicht alltagstauglich wäre, weil, ich hab's zum Beispiel, dass ich, ich bin, Synesthetiker heißt das, glaube ich. Also ich habe Synesthetis, ich sehe Töne zum Beispiel, oder ich, also Töne, die ich höre, kann ich auch, sind für mich auch als Farben. Die kann ich als Farben wahrnehmen. Wenn ich die Augen schließe, dann höre ich eine Farbe. Wenn ich einen bestimmten Ton höre. So hat das bei mir auch früher mit der Musik funktioniert und Songs lernen. Also bestimmte Songs haben auch eine Farbe. So wie Musik bei uns auch Emotionen auslöst. Ja. Das ist kein Quatsch, gibt's wirklich Synesthesie. Und ich hab das auch, dass ich manchmal, wenn ich irgendwas Bestimmtes rieche, dass ich sofort mich an eine Situation erinnern kann und eben auch das Gefühl habe, wie in der Situation, so manche, wenn Leute so von Kindheitserinnerungen oder sowas, ihr schiebt euch einen Löffel Pudding in den Mund und auf einmal klettert's halt die Wirbelsäule hoch und du bist halt, keine Ahnung, also ich hab diese, mit der Kindheit hab ich nicht, aber ich hab bestimmte Momente, wo ich an bestimmten Orten war, die besonders schön waren und auch die Situation war besonders schön. Keine Ahnung, dann hast du eben wieder diese laue Sommerluft an den Körperstellen gespürt, wo du halt das spüren konntest. Du hast genau diesen Geruch vom Reinfahren zum Beispiel. Reinfahren triggert bei mir sehr vieles. Also wer von euch den Reinfahren kennt, das ist so ein ziemlich krautiges Gestrüpp, ist eine sehr intensiv riechende Pflanze, ist ein absolut tolles Zeug, ich liebe das und wenn ich das rieche, das löst bei mir auch solche auch Erinnerungen aus. Eigentlich nichts anderes als eine gewisse Halluzination, weil man in dem Moment kann man diese Situation halt wieder wirklich greifen, fühlen. Ich meine, da besteht natürlich noch ein Unterschied zu so einer klinischen Geschichte wie er hat, weil ich bin mir dann bewusst, dass das eine Erinnerung ist, aber ich bin in dem Moment, könnte ich praktisch in diese Situation eintauchen und dann wirklich da so, keine Ahnung, schwimmen in dieser Erinnerung. Also wirklich so, bin halt wieder voll in dem Moment drin, ich kann mich an alles erinnern, an jedes kleine Detail. Aber ich weiß halt, dass das jetzt gerade nicht real ist. Ich weiß, dass es ausgelöst wird und ja, im Alltag brauche ich das nicht wirklich. Ich finde es nicht belastend, ich weiß, dass es Leute gibt, die Synesthesie haben, die darunter auch irgendwo leiden, weil es einfach, wenn zu viele Daten auf einmal kommen, dass das halt dann ein Wirrwarr gibt. Ich persönlich habe das, fand das nie störend, weil es bei mir nicht so ist, dass mich das irgendwie belastet oder sowas. Ich habe da wahrscheinlich auch keine so eine krass ausgeprägte Form davon, aber ich kann, wenn ich Musik mache, das funktioniert bei mir über Farbe, mehr oder weniger. So doof das klingt, das ist schwierig zu umschreiben, aber das gibt es halt wirklich. Kim extra möchte von dir wissen, hattest du Angst, verrückt zu werden? Ja, ich hatte große Angst, verrückt zu werden, aber die Stimme hat mir die Angst genommen und mir gesagt, wenn du so weitermachst, von mir niemandem erzählst, dann bleibst du auch so, dann wirst du nicht verrückt und das habe ich gemacht. Die größte Angst, die ich hatte, ist, dass die Stimme die Kontrolle komplett über mich übernimmt und dass ich alle Befehle von der Stimme dann befolgen werde und noch schlimmere Dinge tun werde, als ich wirklich vorhatte. Alpha X Omega fragt sich, haben deine Freunde und Familie nichts gemerkt? Nach und nach. Ich denke schon, dass sie irgendwas gemerkt haben, aber ich denke nicht, in welchen Ausmaßen, was dort wirklich mit mir los war. Wie auch, weil das alles in seinem Kopf stattgefunden hat, das sehen die doch nicht, was bei ihm für ein Feuerwerk abgeht im Kopf. Meine Schwester hatte sich große Sorgen, glaube ich, um mich gemacht, die hat mir fast täglich geschrieben, was mit mir los ist, ob alles okay ist und so weiter. Aber ich habe meistens immer alles direkt abgeblockt. Die erste Person, die mich darauf angesprochen hat, war meine Lehrerin in der Schule. Ich bin sehr unregelmäßig zur Schule gegangen und irgendwann ist die Lehrerin zu mich zugekommen und sagte zu mir, Paul, ich möchte mal ein Gespräch mit dir und deiner Mutter führen. Und bei dem Gespräch hat mir dann die Lehrerin gesagt, dass sie gemerkt hat, dass es mir nicht mehr so gut geht, dass ich irgendwie nicht mehr so glücklich rüberkomme, dass ich sehr zurückgezogen wirke und auch nicht mehr so fröhlich allgemein wirke. Und sie hat mir dann empfohlen, zu meinem Hausarzt zu gehen, damals noch Kinderarzt, um mal mit ihm darüber zu sprechen, ob irgendwas ist in Richtung Depression oder sowas. Was echt schwierig ist, weil wenn du da den falschen Hausarzt hast und der kommt noch aus einer Zeit, wo man das für Bullshit hielt oder der Junge muss bloß mal richtig schön einen vögeln, dann ist alles wieder gut oder mal einen ordentlichen Schnäpper trinken, dann ist die Sache gegessen. Aber gut, wenigstens haben sie den Weg gewählt. Wie ist es der Ärztin aufgefallen? Er saß auf dem Lehrerklo. Mein Scherz. Nein, Scherz zu Ende. Der arme Junge. Aber der Lehrer hat Eier. Das ist auch das Nächste, wo ich mir so denke, Schlessi, seine Lehrerin hat das angesprochen. Das ist mutig auf jeden Fall, ja. Das ist auf jeden Fall mutig, weil für die meisten Eltern sind ihre Kinder ja das Beste, was diesem Planeten passieren konnte und sind unnahbar und sind perfekt. Mein Kind würde das niemals tun. Sie sind doch bescheuert. Sie sollen ihren Job machen und wenn mein Junge hier durchfällt, dann sind sie eine Kack-Lehrerin. Das wäre wahrscheinlich in 80 Prozent der Fälle wäre das die Reaktion der Eltern gewesen. Also die Lehrerin hat sich auf jeden Fall was getraut und es scheint positiv ausgegangen zu sein bisher für den Jungen. Gott sei Dank, Mann. Auch für alle anderen. fragt sich, hast du dich irgendjemand anvertraut? Die erste Person, die darüber erfahren hat, war meine Schwester. Aber was dort sehr wichtig war, was ein großer Fehler jetzt im Endeffekt war, ich habe nichts von der Stimme erzählt. Ich war eines Morgens wieder an der Bärenschleuse anstatt zur Schule und dort hatte ich wieder ein langes Gespräch mit ihm. Es ging wieder darum, dass ich einfach kacke bin im Großen und Ganzen, dass ich mein Leben beenden soll und dann habe ich meine Schwester ein Text geschrieben per WhatsApp und ganz lang, aber dort nicht die Stimme erwähnt, weil es ihm sehr wichtig war, dass ich ihn nicht verrate und damals habe ich noch zu ihm gestanden. Was ich aber auch in der Nachricht erwähnt habe, ist, dass sie nichts meinen Eltern erzählen sollte, weil mir das auch sehr wichtig war in dem Moment, weil ich nicht wollte, dass sie sich Sorgen machen oder dass sie mich dann, was ich mir immer eingebildet habe oder was er mir dann eingeredet hat, ist, dass ich dann weggesperrt werde. Das war immer eine große Sorge für mich. Ich bin dann nach Hause gefahren, bin dann reingegangen, habe dann aber oben gehört, wie mein Vater mit meiner Schwester telefoniert hat. Ich habe nur gehört, wo ist der? Ich suche den jetzt, sag mir, wo der ist. In dem Moment war ich sehr, sehr wütend auf meine Schwester, also extrem wütend. Ich hätte ausrasten können. Nein, nicht ausrasten können. Garantiert hat die Stimme bei ihm auch in dem Moment, mach sie weg. Hundertprozentig. Aber jetzt im Endeffekt war es natürlich die richtige Entscheidung, meinen Eltern davon zu erzählen. Ich bin aber in dem Moment rausgestimmt und bin dann erst wahllos irgendwo hingefahren, bis dann die Stimme gesagt hat, fahr jetzt zum Bahnhof, beende jetzt einfach alles. Du hast eh keinen mehr, für der zu dir steht, mach jetzt einfach Schluss. Dann bin ich auch zum Bahnhof gefahren und habe dann auf den nächsten Zug gewartet. Ich war in dem Moment bereit zu sterben. Ich wollte. Ich hatte keine Lust mehr auf die Stimme. Ich hatte keine Lust mehr auf den Druck. In dem Moment dachte ich mir, ich wollte frei sein. Aber dann kam irgendwann die Durchsage, der Zug auf Gleis, ich weiß nicht, auf Gleis so und so, verspielte sich um zehn Minuten und das war eigentlich der Grund, warum ich noch hier stehe. Der Gedanke, was meine Eltern denken würden. Die wären so traurig gewesen und alles. Das war der Grund, warum ich dann zurückgefahren bin. Also ich freue mich für ihn, ja, also das Lachen ist nicht deswegen, sondern eigentlich die Verspätung der Deutschen Bahn und rettet Leben. Wer hätte es gedacht? Ich habe jetzt gerade in dem Moment gedacht, da hat es doch endlich mal was Gutes gehabt, dass die Scheißbahn sich verspätet hat, Mann. Von mir aus kann die Bahn ab jetzt immer rechtfertigen. Nun, dadurch, dass wir jetzt zu spät gekommen sind, haben wir vielleicht ein Menschenleben gerettet, bin ich gleich etwas entspannter der Bahn gegenüber. Wer hätte gedacht, dass die Bahn, die ihre eigenen Fahrpläne nicht einhalten kann, sogar durch ihre Unfähigkeit dem Jungen sein Leben gerettet hat. Krass. Wahnsinn, Alter. Es ist so, so doof kannst du teilweise gar nicht denken, Junge. Bestimmt Absicht von der Deutschen Bahn. Das ist so, man freut sich halt irgendwo, weil man so denkt, da hat es wirklich einfach was Gutes gehabt. Ich meine, in dem Zusammenhang finde ich es halt schon schade, weil der das auch anspricht, er wollte sich von Zug werfen. Das hätten Leute gesehen. Das hätten, also ich meine, die meisten hätten es gar nicht mitbekommen, aber einer hätte es wahrscheinlich mitbekommen, der Lokführer. Wenn die Leute auf dem Bahnsteig das nicht mitkriegen, aber der Fahrer kriegt es mit. Es gibt bei der Polizei einen gewissen Ausdruck, das nennt sich Knallzeuge. Das sind Leute, die dann bei der Polizei auch ganz detaillierte Aussagen machen, aber eigentlich nichts gesehen haben. Man nennt es Knallzeuge, weil die Leute auf den Knall, also bei einem Unfall zum Beispiel, reagieren und dann erst dazukommen. Die wissen nicht, wie es passiert ist, aber sie reimen sich das zusammen, was falsch ist. Bei einem Augenzeugen ist es ganz wichtig, dass du die gesamte Geschichte siehst. So wie ich euch das immer sage, wenn ihr einen Clip macht von jemandem, wo ihr der Meinung seid, der cheatet, macht den Clip so lang, wie ihr könnt auf Twitch, damit man nachvollziehen kann, wie das Ganze angefangen hat. Weil vielleicht hat er den Typen von rechts nach links laufen sehen hinter der Wand und wusste genau, wenn der jetzt weiterläuft, kommt er da raus und hat ihn dann weggelasert. Wisst ihr, was ich meine? So. Und bei der Polizei, wie gesagt, gibt es den sogenannten Knallzeugen und so würde das auf dem Bahnhof. Ihr könnt in Berlin einen vollen Bahnsteig. Ich wette mit euch, dass ein Großteil der Leute gar nicht mitkriegen werden, dass sich jemand überhaupt von den Zug geschmissen hat. Das realisieren die erst, wenn die da das Happening sehen, also das, was dann da letzten Endes rauskommt. Also, ne? Fleisch, Knochen, Gedärm, was auch immer. Wenn die die Aufräumarbeiten mitkriegen, das, dann kommt nämlich auch, wenn die die Fantasie, dann stellen die sich vor, wie das passiert ist. Die wenigsten werden das wirklich mitschneiden, weil, sind wir mal ehrlich, die meisten Leute sind ja nicht mal aufmerksam genug, dass sie dir beschreiben könnten, wer, wenn sie jetzt durch eine Fußgängerzone laufen, ähm, wie viele Leute haben sie gesehen, wie viele, keine Ahnung, Menschen asiatischer oder sonstiger Herkunft waren dabei, oder welche Läden waren hier in der Einkaufsstraße? Das kriegen die gar nicht mit. Du hast deinen Fokus und dann konzentrierst du dich auf deins und heutzutage ja sowieso, ne? Jeder hat das Handy vor der Nase, dein Fokus ist also auf diesen kleinen Raum beschränkt. Du hast zwar ein peripheres Sichtfeld, du kriegst vielleicht was mit, da ist irgendwas schwarzes und dann kommt der Zug, bumm, hä? Gesehen hast du aber eigentlich gar nichts. Du hast keinen Detail gesehen, du hast was gehört und du hast vielleicht noch was mitbekommen, also vielleicht noch eine Bewegung im äußeren Sichtfeldrand, aber genau gesehen hast du es nicht. Und dann gehst du hin und guckst und dann siehst du halt diesen Fleischsalat jetzt da. Und dann kickt eben die Fantasie, dann hast du deine, also dann ruft das Hirn Erfahrungswerte ab. Dazu gehört unter anderem dann Final Destination, weil Final Destination hat uns ja gezeigt, wie sowas aussieht so. Das ist nicht mal ein Witz, also wir funktionieren ja teilweise wirklich so. Selbst wenn wir etwas nicht erlebt haben, wir können das teilweise sehr gut nachvollziehen. Moin Micha. Der Bahnfahrer war sicher ein Medium. Der Bahnfahrer war die Oma von vorhin. Und ja, also ich wette, die hätten es gar nicht mal, naja. Aber positiv, dass die Bahn sich verspätet hat in seinem Fall. Es ist wirklich gut gemacht, Deutsche Bahn. Einmal was richtig gemacht. Einmal was richtig gemacht. Aber zu der Thematik mit Bahnfahrern, die mit Selbstmördern zu tun haben, gibt es ein oder zwei Dokus sogar, sehr interessante Dokus. Und ich weiß, bei uns hier auf der Insel hat sich mal jemand von Zug geschmissen und das war auch ein... Das Lustige ist, die haben dann Seelsorger für die ganzen Leute, die im Zug saßen. Ich so, hättet ihr ein weißes Tuch davor gehalten, die Leute hätten gar nicht gesehen, was da passiert ist. Man hätte die Leute rausgeholt, ja, ist ein Wildunfall oder sowas gewesen, weil bei einem Hirsch heult keiner. Ja, da ist was von Zug gelaufen, alle fahren nach Hause und gut ist. Die Leute nicht erst noch lange stehen und gaffen lassen. Der Einzige, der wirklich psychologische Hilfe gebraucht hätte und bedarft hätte, das war der Lokführer. Der hat auch, glaube ich, dann den Dienst quittiert. Der konnte damit nicht leben, weil bei uns ist es halt wirklich so, die Züge sind nicht besonders hoch und die Glasfront ist sehr groß, das heißt, die sehen sehr viel, die Jungs und Mädels. Unter anderem auch, um sowas zu verhindern. War aber an der Stelle, da war es ein bisschen schwer einsehbar, ein Busch direkt neben den Schienen, der heute weg ist. Warum, warum auch immer. Also, ja, der Busch ist weg und der hat mehr oder weniger halt wirklich Frame by Frame, wenn man das so sagen möchte, der hat das gesehen, wie das passiert ist. Der war live dabei. Der war selber auf dem Gaspedal, sag ich jetzt mal. Weil als Lokführer musst du ja auch alle 30 Sekunden, also einmal müssen die auf ihrem Sitz ja sitzen bleiben, das ist ja so ein Druckschalter, das heißt, wenn die nicht mehr drauf sitzen, weil sie runtergekippt sind oder sowas, dann ist das eine Sicherung und sie müssen, glaube ich, alle 30 Sekunden oder so, müssen sie ja mit dem Fuß oder sowas eine Taste betätigen, dass praktisch die Elektronik des Zuges ein Signal kriegt. Der, der da vorne gerade die ganze Verantwortung hat, der ist wach, der ist am Leben, der ist da und nicht ohnmächtig oder sonst was. Sonst würde da wahrscheinlich, also, ich weiß nicht 100 Prozent, wie es funktioniert, aber dann geht der Motor aus und das Ding bremst und keine Ahnung was. Und der Typ, der hat das halt gesehen, wie sich jemand bei ihm von Zug geschmissen hat und der saß direkt drüber, als er das hat, knallen und krachen hören. Ja, müssen, brauchen wir ja nicht schön reden. Wenn so ein Knochen bricht, wer das mal gehört hat, das ist halt unangenehm. Und, ähm, das war für den ein echt herber Schock, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich habe Verständnis dafür, wenn Leute dieses Bedürfnis haben, also, wenn Leute keinen Ausweg mehr sehen, aber bitte, auch wie der Robert Enke, macht es nicht mit der Bahn, zieht nicht andere Leute mit rein. Das ist sowas von, wenn jemand meint, er kann es gar nicht mehr halten und es hilft keine Hilfe, wie gesagt, sucht euch bitte Hilfe. Telefonseelsorger, wir hatten vorhin den Link, ruft an, macht via E-Mail, sucht das Gespräch, redet mit euren Freunden, bekannten Verwandten, holt euch Hilfe. Aber wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt nicht anders, ähm, dann zieht nicht andere Leute mit rein. Schmeißt euch nicht von Zug und versaut noch das Leben von jemand anders. Das geht gar nicht an. Auch nicht von Auto oder sowas, das ist, das ist einfach nur, das ist richtig das Hinterletzte. Weil die Entscheidung über dein Leben, die werde ich dir definitiv nicht abnehmen, der da draußen am, am PC sitzt. Ich will nicht, dass du es tust, definitiv nicht, ich kann dich aber auch nicht aufhalten. Und wenn du der Meinung bist, du musst es machen, dann, ähm, zieh aber bitte niemand anders mit rein. Weiß gar nicht mal, ob ich das überhaupt sagen dürfte auf Twitch. Kumpel von mir arbeite bei der Bahn im Betriebsrat für Schleswig-Holstein. Was der so erzählt, selbst wenn nur beim Rangieren ein Sachschaden entsteht, müssen die zur psychischen Untersuchung und so weiter. Ja, weil sie halt auch, die stehen ja unter, auch in einem ständigen psychischen Druck, weil eben ständig was passieren könnte. Und auch beim Rangieren, ich glaube, beim Rangieren passieren sogar die meisten Unfälle. Also unter Bahnpersonal passieren, glaube ich, sogar die häufigsten Unfälle. Kann das sein? Irgendwas war da mal. Das ist sehr, 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 sehr häufig. Moin Ratze. Genau das, was Grevy schreibt, die sich in den Verkehr schmeißen, sind die, die das als letzte Möglichkeit für Aufmerksamkeit sehen. Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Ich finde es nicht richtig. Macht es aber auch nicht besser. Bekannter von mir aus hat sich in der Arbeit erhängt. Schibi, der hat andere Leute mit reingezogen. Der hat andere Leute mit reingezogen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht großartig thematisieren darf. Ich kenne Leute, die solche Gedanken mit sich getragen haben. Wie es mir persönlich damit geht, werde ich euch definitiv nicht sagen. Oder ging. Oder wie auch immer. Zieht nicht andere Leute mit rein. Also es gibt Methoden, wie man dafür sorgen könnte, dass nur ganz bestimmtes Personal, sage ich mal, dass wenn man sein Ableben macht. Es hat Leute gegeben, die haben sich mehr oder weniger irgendwo im Wald aufgehängt und haben einen Brief geschrieben. Ich bin da und da. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht schön, aber ihr zieht niemanden anders so krass damit rein, dass der vielleicht wirklich einen Schaden fürs Leben hat. So, der sitzt halt da, wenn, keine Ahnung, wenn ich als Polizist komme in den Haushalt und die Frau gibt mir einen Brief und sagt, mein Mann hat mir einen Brief geschrieben, ich habe Angst, das ist so und so, dann ich fahre da hin und bin praktisch mehr oder weniger noch vorbereitet. Ich bin auf alles vorbereitet. Ich komme da hin, vielleicht sitzt er heulend dann da, keine Ahnung, irgendwo am Baum oder so oder vielleicht hängt er da schon. Wenn ich als Lokführer in der Bahn sitze oder als Busfahrer oder Straßenbahnfahrer oder sonst was, ich sitze da und sage mir, alles klar. 15.35, noch ein paar Minuten, dann habe ich gleich Feierabend. Ich glaube, da hast du auch einen Schaden fürs Leben. Ich mag Züge. I like trains. Ja. Und das mit dem Schaden fürs Leben, ich weiß, dass im letzten Betrieb, wo ich war, da hatte sich jemand auch auf der Toilette erhängt. Der Haken ist sogar noch heute an der Wand. Das haben die Kollegen, die es aber, die ihn gefunden haben, haben das ganz gut verarbeitet. Ich meine, gut, ist ja eh ein etwas, sagen wir mal, raueres Business. Man ist da ein bisschen, sagen wir mal, abgeklärter. Schön ist es nicht. Ich meine, die machen heute alle ihre Witze drüber. Wo ich mir auch so denke, das hätte nicht Not getan. Es ist so, ist falsch. Aber bitte, wenn ihr Hilfe braucht, der Schlesi hat gerade die Nummer nochmal reingepostet. Sucht euch Hilfe. Ruft an, telefoniert, holt euch Hilfe bei Bekannten, Eltern, Verwandten, wie auch immer. Ja, natürlich nicht, wenn ihr von irgendwem gemobbt werdet, dann geht nicht dahin und sagt, genau, Schlesi postet es nochmal rein, holt euch Hilfe, ruft an. Macht nicht irgendwelchen Scheiß, ruft an, holt euch Hilfe, redet mit Leuten, sucht euch Leute, die euch zuhören. Das sind professionelle Leute, die euch da zuhören, die euch dann auch versuchen werden zu helfen und in den meisten Fällen, denke ich mal, wird man mit ärztlicher Hilfe weit kommen und ihr werdet nicht eingesperrt. Ziemlich sicher werdet ihr nicht eingesperrt. Und wenn ihr denkt, ihr wollt es machen, überlegt es euch nochmal. Und wenn ihr meint, ihr wollt es machen, dann überlegt es euch nochmal. Und dann überlegt ihr nochmal. Und dann überlegt ihr nochmal und zwischendurch telefoniert ihr auch immer wieder. Meine Freundin ist seit heute in der psychosomatischen Klinik, da Hilfe. Juhu, klart in vier. Sehr schön. Gold wert. Scheiß auf Weihnachten, Hauptsache, die kriegen ihr Selbstwertgefühl wieder hin und verhindern Suizidgedanken. Omi, sie werden, sie wird nie wieder richtig gesund werden. Das ist wie, ich sehe das bei psychisch Kranken, auch wie bei Alkoholikern, sie wird diese Probleme ihr Leben lang haben. Aber sie werden sich vielleicht so in den Griff kriegen, dass sie damit leben kann. Weil wenn sie Suizidgedanken hat, dann kann sie damit nicht leben. Sonst hätte sie die nicht, diese Gedanken. Und daher, ich drücke die Daumen, dass sie das, dass sie das so weit in den Griff bekommen, dass sie auch ventilig vermittelt bekommt, wie sie das Ganze loswerden kann. Dass sie wirklich eine gewisse Stärke aufbauen kann, damit umzugehen. Daumen sind wirklich gedrückt. Es gibt nicht umsonst Ausbildungsberufe. Es gibt nicht umsonst Leute, die dafür viele, viele Jahre studieren. Und es gibt Menschen, die geben sich da Mühe. Das ist ein Thema, das auch mittlerweile sehr, sehr dominant ist in der Gesellschaft. Was ich auch gut finde, dass wir endlich immer mehr in die Richtung kommen, dass wir psychische Krankheiten anerkennen und auch immer mehr verstehen. Oder wenn wir es zumindest nicht verstehen, dass wir Mittel und Wege finden, damit umzugehen, dass nicht jeder sich wegräumen muss. Ich habe immer einen Freund gefunden, der sich das Leben genommen hat. Ich war circa ein Jahr lang in Therapie. Mies. Mies einfach. Mein Beileid Neborax. Da hätte Hilfe wahrscheinlich auch vielleicht Wunder gewirkt. Jetzt nicht für dich, sondern für ihn, dass es gar nicht erst so weit gekommen wäre. Ja, aber ich hoffe, dir geht es heute wesentlich besser. Aber alleine schon, dass du das aussprichst, ansprichst, spricht für mich zumindest im ersten Moment dafür, dass du eine gewisse Verarbeitungsphase auch schon hinter dir hast. Moin Luca, mir geht es gut? Megabit, danke für den Follow. Also, wenn ihr Hilfe braucht, der Schlesi hat es jetzt ein paar Mal reingehauen und euch Hilfe. Ob ich auf dich reagieren kann, habe ich soeben getan, Megabit. Sasu möchte von dir wissen, warst du in einer geschlossenen Anstalt? Nach der Bahnhofsituation war ich sieben Tage lang in einer geschlossenen. Ich hatte dort Sitzungen mit den Psychiatern und mit den Psychologen. In den ganzen Sitzungen habe ich auch gleichzeitig mit meiner Stimme im Kopf geredet, abgesprochen, vor den Gesprächen, was ich erzähle, wie viel ich erzähle, damit die nicht darauf kommen, dass ich eine Stimme höre. Das Einzige, was ich den Leuten immer erzählt habe, ist dieses Paul Hey. Nachdem ich dann in einer geschlossenen war, wurde ich dann in eine Tageslinik eingewiesen. Es war wie eine Schule eigentlich, nur halt mehr mit psychisch kranken Leuten. Dort habe ich auch erst lange Zeit nichts von der Stimme erzählt. Bis auf einen Tag, da ging es mir halt wieder nicht gut und irgendwann habe ich dann halt den Schlussstrich gezogen. Eigentlich davor, wovor ich Angst hatte, ist dann eigentlich passiert, dass ich eingewiesen werde und direkt wegkomme. Und dann bin ich am gleichen Tag direkt in die geschlossene gefahren und dann war ich sechs Wochen lang noch dort in Therapie. Louis Loop möchte von dir wissen, was ist das Verrückteste, das du in der Psychiatrie erlebt hast? Also das Wort verrückt würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, das Wort beängstigend. Wo wir in der Psychiatrie angekommen sind, in der geschlossenen, da saß ich auf so Eisenstühle mit meiner Mom, mit meinem Bruder und vor uns sind halt die ganze Zeit die Leute, die Patienten entlang gelaufen und da war halt eine Frau, die sah halt seelisch tot aus. Also es war, die keine Emotionen oder Seele mehr hatte. Das war sehr, sehr gruselig. Und ich habe auch meine Mutter schon angesehen, dass sie sich nicht wohlfühlt und Angst auch um mich hatte. Und sie hat dann die Frau angesprochen und fragte so, und wie ist es hier so? Alles cool? Dann hat sich die Frau zu uns umgedreht und sagte, nee, schrecklich hier, geht weg. Und meine Mutter hat angefangen zu weinen. In der Psychiatrie selbst dann später, in der Kinderpsychiatrie, da war ein Junge halt und ich wollte mir eines Nachts, ich glaube 1, 2 Uhr, wollte ich mir ein Glas Wasser holen. Dann bin ich rausgegangen und habe dann halt nur noch gehört, wie da jemand rumgeschrien hat und auch alle Dinge kaputt gemacht hat. Der hat im Endeffekt das Fenster aus der Gummizelle rausgeboxt und den Tisch kaputt gemacht. Ich hatte im Moment sehr große Angst. Ich dachte jetzt, der rastet aus und bringt uns Sertialo um und macht alles kaputt. Ich blieb einfach auf dem Stuhl stehen und habe gewartet, bis es zu Ende ist. Er blieb auf dem Stuhl stehen. Komische Dinge passieren in der Psychiatrie. Aber ich denke, alleine die 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 Gegebenheiten in der Psychiatrie können beängstigend sein. Es ist ja nicht mal einem Gefängnis unähnlich. Und für die meisten von uns ist Gefängnis nun mal kein Spaziergang. Die meisten von uns haben so ein Freiheitsbedürfnis, dass wir gar keinen Bock haben, eingesperrt zu werden. Alleine dieser Gedanke, jemand anderes bestimmt, wann ich rauskomme, was ich mache, wann ich es mache, wann ich aufstehe und so weiter. Das ist für die meisten von uns belastend und quälend. Und dann noch eben die Prämisse dazu, vielleicht komme ich hier nie wieder raus, weil andere Leute sagen, ob ich darf oder nicht. Bei Gefängnis, du kriegst ein Urteil, so und so viele Jahre und vielleicht noch auf Bewährung, da hast du irgendwo schon ein Ende in Sicht. In der Psychiatrie, rein theoretisch, ist das auch auf unbestimmte Zeit, wenn dann der Oberarzt sagt, der Bengel, der hat einen Oberschuss, der kann gleich hier bleiben. Du selber als Patient hast relativ wenige Rechte. Ich gebe ein schönes Beispiel, Gustl Mollert, der wurde, der hat bei einer Bank gearbeitet, seine alte auch, und dem ist dann aufgefallen, dass bei der Bank irgendwelche krummen Dinger laufen, hat das Ganze zur Sprache gebracht, zur Anzeige gebracht. Vor Gericht wurde das Ganze so umgedreht, dass er psychisch krank ist und seine Frau schlagen würde. Das heißt, das Ganze wurde umgekehrt und als negatives ihm gegenüber. Er ist in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden, war da auch eine ganze Langeweile, also wirklich sehr lange, ich glaube 10 Jahre oder 15 Jahre, ich weiß es nicht genau, könnte man nachlesen. Und letzten Endes kam raus, alles, was er erzählt hatte, egal wie utopisch das war, diese krummen Dinger, was die Bank da gemacht hat und auch seine alte, die steckte da mit drin, das war wahr und das, was sie erzählt hatte, war nicht wahr. Und heute ist er, glaube ich, dabei, dass er klagt dagegen, dass ihm Gerechtigkeit widerfährt, weil er jetzt lange in der geschlossenen Psychiatrie war, dass man seinen Ruf zerstört hat, dass er praktisch auch einen Geldwert wieder reinbekommt, weil er kann ja nicht, er kann nicht mehr arbeiten oder sowas. Also geschlossene Psychiatrie, wenn man mal drin ist, kann ich mir vorstellen, das kann für jemanden, der halbwegs geistig gesund ist, kann das sehr beängstigend sein, vor allem eben durch dieses Gefühl, die entscheiden, wann du wieder rauskommst. Da fragt sich, nimmst du Medikamente? Ich habe lange Zeit Medikamente genommen, in der Psychiatrie habe ich angefangen oder musste ich anfangen, diese zu nehmen. Das hat mich sehr, sehr müde gemacht und auch sehr, sehr träge. Da war ich bei meiner Oma, da war ich auch sehr unter Tabletten und da hat sie meinen Eltern erzählt, dass sie den Paul nicht mehr wiedererkannt hat. Das ist nicht der Paul, den sie kennt. Ich selbst habe das im Moment das gar nicht so wahrgenommen. Jetzt im Endeffekt blicke ich da anders drauf. Wenn ich die genommen habe, so direkt eine halbe Stunde später war es so, als hätte ich gerade mir einen geraucht. Danach wurde ich sehr müde. Ich konnte nicht meine Augen offen halten. Also es war wirklich eine extrem Müdigkeit. Es hat ein Freund von mir, der wollte mal die Tabletten ausprobieren und ich habe... Ja, die haben... Die Jungs haben alle ganz schön viel rum experimentiert mit irgendwelchen Drogen. Mir würde es zum Beispiel nicht in den Sinn kommen, wenn ich einen psychisch kranken Kumpel hätte, dass ich... Gib mal her so eine Pille. Was ist da los? Lass mal futtern so ein Ding. Lass mal naschen so ein Teil. Kennt mir nicht in den Sinn. Ich habe ihm mal eine kleine Dosis gegeben, nicht das, was ich nehme. Und er hat dann den darauffolgenden Tag 23 Stunden lang durchgeschlafen. Antidepressiva. Und da finde ich nämlich auch, weil Schleswig das gerade sagt, ja klar, Gebrüber. Wir haben es mit Noctu schon mal gehabt. Da hatten wir einen... Da hatte jemand auch darum gebeten, dass ich auf ein Musikvideo reagiere. Und da ging es unter anderem drum, dass dieser junge Deutschrapper da angegeben hat, Antidepressiva, da hat er irgendeinen Titel genannt. Ich habe das gegoogelt und sagte so, das sagt mir was, Alter. Das ist doch ein Antidepressiva oder eben Psychopharmaka. Und dann gibt er damit an, dass sie diesen Scheiß nimmt. Das nascht man nicht mal eben wie Bonbons, Leute. Weil das sind solche Medikamente, wenn du die nimmst, obwohl du nichts hast, dann kann das ganz gut passieren, dass du hinterher was hast, was du vorher nicht hattest und was du auch nicht haben möchtest, Alter. Das habe ich hier aber auch. Irgendwie ist das gang und gäbe. Ich habe da einen Bekannten, der meinte, hier nimm mal, das ist nichts Schlimmes, nehme seit Wochen, hat mich weggehauen. Wir sind mittlerweile halt so angekommen, weil das auch wahrscheinlich in irgendwelchen Filmen oder sowas die Leute irgendein Problem plupp Ding ist auch das Antidepressiva fressen oder dass die Leute ja selber schon danach fragen so. Es sollte in erster Linie immer geschaut werden, wenn man kann, dass man ohne Medikamente klarkommt. Musst du relativ lange nehmen, bevor eine Wirkung ersetzt. Es sagt dir niemand, dass du innerhalb von, also dass du beim ersten Mal Antidepressiva einschmeißen, dass du eine Abhängigkeit entwickelst oder dass du einen psychischen Schaden entwickelst. Aber für Leute, die anfällig sind, für Suchtverhalten, ja, was ist, was ist denn mit Schore? Also Heroin. Das ist ein Medikament eigentlich. Opioide, die werden heute noch verschrieben. Das ist eins der häufigsten. Ja? Manche Leute spritzen sich das. Die sind davon abhängig. Oder, ähm, diese Schmerzpflaster. Ich komm grad nicht auf den Namen, Alter. Was die, wo die die Schmerzpflaster jetzt mittlerweile auskochen oder in Alkohol lösen. Wie nennt sich die Scheiße? Das ist ja, da ist man ja auch drauf gekommen, dass da ein Riesenmarkt mittlerweile besteht. Telidin, böses Zeug. Ist, ist das Telidin, was da drin ist? Das ist nochmal ein anderer Name. Ich gucke gerade. Fentanyl. Fentanyl. Das ist mittlerweile, äh, ich glaube, der Markt für Fentanyl ist, glaube ich, sogar mittlerweile genauso groß oder sogar größer als für Schore. Also Heroin. Das ist, das ist eigentlich, ist das ein Medikament. Und, äh, Leute haben nach kürzester Zeit Abhängigkeitserscheinungen. Ich weiß das von meiner Oma, die hat damals Opioide bekommen. Die kam ohne gar nicht mehr klar. Die brauchte den Scheiß dann. Also, in Tablettenform, sie hat das, also, ne, und auch Tröpfchen und keine Ahnung was. Das hat sie als Medikament verschrieben bekommen, aber sie war trotzdem abhängig von dem Scheiß. Sie konnte ohne nicht mehr. Meine Theorie der Kollege wollte Bestätigung, dass die Tablette nicht etwas ist, das ihn als Sonderfall brand mag. Durch das Herumreichen bekommt er die Bestätigung, dass es gar nicht so schlimm ist. Es ist auch so nicht schlimm. Jemand, der, der, der eine Krankheit, sei es, also physisch oder psychisch und wird, ähm, wird damit diagnostiziert und kriegt ein Medikament, der braucht das und dann ist das in Ordnung. So, das ist wie, keine Ahnung, wenn ich einen Schnitt habe, dann mache ich ein Pflaster drauf. Ich meine, das ist natürlich, äh, funktioniert viel leichter als, als Medikamente, aber, äh, dann anderen Leuten das rumzureichen, hier nimm mal diesen Scheiß und, und, äh, gönn dir mal und das ist so, nein, das ist, das ist absolut bescheuert, wenn du dann den Falschen, wenn du da jemanden erwischst, der eigentlich gesund ist, der aber die Rezeptoren für so ein Suchtverhalten hat und bei dem löst das irgendwas aus, dass der, dass der sich so denkt, das möchte ich wieder haben oder, dass er sich das vielleicht nicht mal denkt, sondern, dass sein Körper anspringt, sein, auch sein Unterbewusstsein, dass irgendwas im Kopf Klick macht, Schalter legt sich um und der so, brauche das jetzt, ich brauche das wieder, ich will das, ich, das war, das war nicht schlecht. Ich meine, wie kommen Leute zum Rauchen? Das gewöhnt man sich auch nach und nach an. Ja, geil ist es nicht, aber irgendwie, hm, hm, also, ich würde niemals, wenn ich Medikamente nehme, die einfach an, an andere Leute rauskommen, rausgeben. Oder hier, probier mal so. Selbst mit Hustensaft, Alter. Zum Teil Heroin als Ersatz, weil es billiger ist, das kann sein, ja, ich habe, so mega krass die Ahnung habe ich davon nicht. Aber Fentanyl ist in den USA, ist ein Riesending, in den USA auch, ähm, mit, ach, mit ADHS-Medikamenten, Adderall, haben sie ein großes Problem, sie haben mit, mit, ähm, Antidepressiva haben sie ein Riesenproblem, die haben ja ihre kleinen, gelben Döschen da, da gibt es auch eine Doku von Arte drüber, über eine ganz bestimmte Droge. Ein Ketamin-Medikament. Verdammte schöne Welt. Ach, Nasenspray, siehst du, was die Leute sich alles einfallen lassen, Nasenspray, man kennt es aus dem, äh, ach, blum, 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 wie heißt der Film, Alter? Mit Jason Statham, wo er doch, äh, wo sie ihm doch irgendeine Scheiße spritzen, ähm, dass er nach, also, dass sein Herz dann irgendwann aufhört zu schlagen und er kann das nur mit Adrenalin, wo er noch mit Chester Bennington im Laden steht und er so, Nasenspray, Crank, genau, Nasenspray, Digga, Nasenspray musst du dir reinballern und er so, ich will hier, das pure Adrenalin auf Spritzen und er so, Digga, Nasenspray, damals ging das ja anscheinend schon los, Crank war es, genau, Nasenspray kann sowas von abhängig machen, es sind ganz normale, eigentlich alltägliche Medikamente, ja, aber irgendwer hat immer einen gewissen Rezeptor dafür, irgendjemand ist dafür, empfänglich und wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe hier, ich habe hier ein Medikament, probier mal, es ist so auch nur eine geringe Dosis, Leute, so ist das auch mit Drogen, Alter, ey, das ist richtig geil, probier mal nur die Hälfte, du wirst merken, das ist richtig geil, das verschafft dir, glaub mir das, frag doch mal die Leute, die, keine Ahnung, schon seit 15 Jahren auf dem Bahnhof leben und sich jeden Abend den Scheiß geben müssen, weil sie abhängig sind, die keine Zähne mehr am Maul haben oder Crack, Crack, Crack rauchen oder was auch immer, die vom Schore schnupfen dann irgendwann über Spritzen übergegangen sind, weil, na, ich würde niemals, wenn ich ein Medikament habe, das irgendwem geben, egal in welcher für den Form, jetzt, sogar sowas wie Aspirin kann gefährlich sein, weil wenn jemand, Aspirin ist auch ein Blutverdünner, wenn, das kannst du einem Bluter zum Beispiel nicht einfach geben, soweit ich weiß, nur meinem Vorkoster, ja, nee, aber da merkst du halt, die Burschen, also auch die zwei, drei, mit denen er da vielleicht befreundet war, er war ein Außenseiter definitiv, die haben halt dementsprechend auch mit Drogen rumexperimentiert, deswegen ist das auch bei ihm so zum Vorschein gekommen, das hat das nicht ausgelöst, sondern das hat einfach nur die Tür geöffnet für das Ganze. Wenn ich mir vorstelle, wie emotionslos ich war, als ich mit meiner Antidepressiva angefangen habe, das habe ich schon sehr oft gehört, dass viele, viele Leute, die Antidepressiva nehmen, das ist halt, dass sie wirklich wie betäubt sind, sondern die sind, die sind einfach nicht mehr da, die sind weg, so bing, wo ich natürlich sagen muss, wenn du sehr starke Depressionen hast mit suizidalen Gedanken, dass es da im ersten Moment erstmal sehr reizvoll ist, ist einfach zu sagen, wir schalten alles ab, dann passiert erstmal nichts. Nichtsdestotrotz behebt das das Problem nicht. Als Betroffener kann ich sagen, das tut auch mal gut. Eben, also ich kann das schon nachvollziehen, dass der Gedanke dahinter, dass du einfach mal alles abschaltest, also du kannst, in den meisten Fällen kannst du eben nicht, wir greifen jetzt nur den Rezeptor an, weil jeder Mensch auch ein bisschen anders reagiert, aber dass man halt sagt, weißt du was, bevor wir irgendwas komplett scheiße machen, machen wir erstmal auf Notstrom. Aber das behebt das Problem nicht. Also man muss dann schon gucken, dass man das nicht als Dauerlösung sieht, sondern dass man schnellstmöglich eine vernünftige Therapie folgen lässt und nicht sagt, so, wir haben eine chemische Lobotomie durchgeführt, er kann atmen, fressen, kacken, das war's. Nein, sondern dass man guckt, das was man, man kann es ja nicht reparieren, aber dass man zumindest eine Art Flicken drüber haut und dem Menschen Hilfsmittel gibt, mit gewissen Problemen klarzukommen. Wenn es denn Probleme sind, die im Leben stattfinden, wenn das natürlich ein rein psychisches Problem ist, also komplett, wirklich nur aus dem Innersten kommt, das ist schwer anzugreifen. Aber wenn so, wie jetzt in seinem Fall, bei ihm ist das alles ausgelöst worden durch mehrere Schlüsselmomente. Er wurde gemobbt, er hat ein schwieriges, also für sich schwieriges Leben gehabt. Manch einer von uns würde sagen, Digga, das habe ich auch gehabt und mir ist nichts passiert. Er war aber empfänglich dafür. Und dann muss man gucken, dass man da gewisse Reizpunkte wegnimmt, dass man ihm auch beibringt, wie man damit umzugehen hat oder wie man damit umgehen kann und dass man dann eben Medikamente runterfährt. Er scheint ja keine Medikamente mehr zu nehmen. Moin Mandy! Olex fragt sich, ist das heilbar? Nein, eigentlich nicht. Es gibt halt Phasen, es gibt die Leute, die es einmal nur in ihrem Leben haben, dann gibt es aber auch Leute, die die Phase durchgehend haben, durchgehend auf einem niedrigen Level, was aber dann immer höher geht und es gibt Leute, die es durchgehend immer auf einem hohen Level haben. Also aktuell habe ich es nur einmal gehabt und hoffe, dass es auch weiterhin so bleibt. Goma 1337. Dann müsste er aber auch so viel Kraft und auch Selbstreflexion haben, dass er in dem Moment, wo das wieder kickt, dass er sofort die Reißleine zieht und sich nicht davon wieder einlullen und beeinträchtigen lässt. Risiko. Olin fragt sich, hast du Angst vor dir selbst? Also damals hatte ich nicht Angst vor mir selbst, ich hatte nur Angst vor der Stimme. Ich hatte Angst, dass die Stimme halt die Kontrolle übernimmt und ich dann die Befehle ausführe, die sie dann sagt. Aber ist die Stimme und du nicht dieselbe Person? Das ist schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, nein. Ich war halt nicht der Charakter, den sie hatte oder er hatte, hatte nicht ich. Wie ich vorhin sagte, das ist eine Abspaltung. Das ist schon er selber, aber das ist eine Entität, die was anderes verkörpert als er. Das, was da in seinem Kopf dann abging, das war der böse Paul oder das war der Schläger Paul, der sich gegen alles durchsetzt, der sich wehrt, extrem wehrt, weil er ja gleich die Leute abstechen wollte. Wenn jemand ihn geschlagen hat, dann hat er sich gedacht, ich bring denjenigen um, dann ist besser so. Das ist das. Er ist halt nicht der Typ von Haus aus, der auf Ablehnung oder auf eine Provokation halt so reagiert wie, ach, halt doch die Fresse, sonst kriegst du einige ballert, sondern, ja. Und dann sitzt er halt in seinem stillen Kämmerlein oder sitzt bei sich an seinem Bach da und dann, das verletzt ihn, natürlich verletzt ihn das und dann kommt aber in dem Moment dieses, ich kann das nicht, ich bin zu schwach und er hat ja recht und ich bin ein Vollidiot und in dem Moment spaltet sich ein Teil von seiner Psyche ab und sagt sich, also dieser Teil Selbsterhaltungstrieb, nee, du bist nicht das Problem und dann kommt wahrscheinlich diese Entität, dieser andere Paul, der halt sich durchsetzen kann, der der Macher halt ist, so. Du willst mir auf die Fresse hauen, dann steche ich dich ab, so nach dem Motto. Ja, Marco, wir wissen doch alle, dass du das bist. Mein guter. Moin, moin. Hast du Angst, dass die Stimme wieder lauter wird? Also ich habe im Moment keine Angst, weil ich im Moment halt selber gut weiß, dass es mir im Moment sehr gut geht, dass ich Leute habe, mit denen ich darüber reden kann, wenn es wirklich soweit kommen sollte und dass ich im Moment alles gut unter Kontrolle habe. Uzi fragt sich, würdest du bei einem Date sagen, dass du schizophren bist? Also nicht mit den ersten Worten, irgendwann Hallo, ich bin Paul. Nee, hallo, ich bin schizophren und heiße Paul, so. Nein, aber das wird er definitiv ansprechen müssen. Bestimmt, weil es gehört zu mir, ich bin schizophren und ich muss damit klarkommen und dann auch die Personen, die mit mir leben wollen. Aber ich gehe eh allgemein sehr offen damit rum. Wenn irgendwelche Leute Fragen haben, beantworte ich die immer sehr gerne. Miguel Scholl möchte von dir wissen, welchen Rat hast du an Menschen, die auch Stimmen in ihrem Kopf haben? Musik hat mir sehr gut geholfen. Musik, wo ich mich sehr gut widerspiegeln konnte. Ich habe dort damals viele Sierra Kids zum Beispiel gehört, weil ich mich gut in die Person hineinversetzen konnte. Und was damals mein großer Fehler war, ist, ich habe mich keiner Person anvertraut. Ich habe alles in mich reingefressen und es somit noch schlimmer gemacht. Deswegen ist, mein Tipp ist, dass ihr auf jeden Fall mit irgendwelchen Leuten darüber sprechen sollt. Freunde, Familie, Lehrer. Und wenn ihr dazu kein Draht habt, kann man auch sehr gut mit Psychologen darüber reden. Ich habe mit vielen Psychologen geredet und mit jedem war es ein sehr gutes und positives Erlebnis. Und ich habe so ein kleines Stand-up-Comedy-Programm geschrieben, was nicht damit viel zu tun hatte, aber ich bin damit auch schon bei mir in der kleinen Stadt aufgetreten. Und das hat mir sehr geholfen, Leuten dann wenigstens ein positives Gefühl mit nach Hause zu gehen. Verarbeitung ist das. Das ist in Ordnung. Das muss ja nicht unbedingt zwangsläufig damit zu tun haben. Opsas, danke für deinen Follow. Bei Musik würde ich allerdings sagen, da kann man sich auch ganz schön in die Nesseln setzen, weil das, was wir vorhin sagten, dass eben auch gerade in der Musik teilweise eben der Drogenkonsum verherrlicht wird. Ich habe nichts dagegen, dass jemand sich einen Johnny baut und raucht. Voll in Ordnung. Ich finde das ja teilweise sogar eher aus medizinischer Sicht sogar ratsam, aber das muss halt ganz auch mit einer gewissen Verantwortung stattfinden. Aber wenn dann in manchen Songs eben über auch gerade suizidale Gedanken hochgehalten werden, ich finde das vielleicht persönlich, aus kreativer Sicht finde ich das schön, aber so jemanden wie ihn, wenn der schon an der Kante steht, das kann ihn über den Rand praktisch drüber schubsen. Also ja, Musik kann theoretisch auch negative Auswirkungen haben auf diesen ganzen Scheiß da. Schwierig, schwierig. Es ist keine allgemeingültige Aussage oder Lösung, die man da treffen kann. Das ist halt auch wieder individuell, das muss jeder für sich selber entscheiden können, fühlen. Ja. Ja.